Musik Ja, wir stehen hier mit unserem Gewinner der F95 Schnitzeljagd, der ersten, die wir in der Form durchgeführt haben. Nils war mit Abstand der Schnellste, war aber auch am smartesten, weil der Gute es fertiggebracht hat, heute mit seinem Elektrobike unterwegs zu sein. Also insofern, er hat es aber auch genutzt, die Chance direkt verwandelt. Also insofern, Nils, herzlichen Glückwunsch. Jetzt erzähl mal, darauf aufmerksam geworden, ein bisschen aufgepasst und, und, und. Erzähl mal, so die letzte Stunde irgendwie. Ja, also ich habe es gestern, glaube ich, schon in der Instagram-Story gesehen. Da habe ich dann gedacht, ist ganz lustig, könnte man, wenn man Zeit hat, mal vielleicht mitmachen, wenn es in der Nähe ist. Ich habe tatsächlich auch nicht damit gerechnet, dass es jetzt unbedingt hier ist. Bin zur Schule gefahren, um ein paar Formulare fürs Abitur abzugeben. Und habe dann um 14.01 Uhr, glaube ich, den Axel da unten stehen sehen. Dann habe ich wieder eins und eins zusammengezählt und, ja, bin losgefahren. Muss ich aber tatsächlich auch meiner Mutter danken, weil das E-Bike nicht mir gehört. So schnell kann es gehen. Neuer Besitzer eines Handys. Also insofern, herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. Du warst mit Abstand der Schnellste. Und jetzt wünschen wir dir natürlich viel Erfolg beim Abitur. Dankeschön.